so hi und hallo mal wieder heute geht es mal wieder um eine sammelmappe und zwar von trash pack der serie 2 und was da dahinter steckt das schauen wir uns natürlich jetzt mal an dass ich sie von vorne das von hinten mit einem booster pack für 7 euro 99 die wollen jetzt mal öffnen das booster pack der kleine würfel wie ihr seht wie immer von panini alles selber zusammen stecken hier sind die karten 180 verschiedene gibt es hier ist die erklärung von das spiel das ist die rückseite wo wir das mal alles zusammen stecken und vorne und hinten sollen wir noch einen trash pack aufmachen booster eine normale karte eine normale karte auch eine normale eine mit glitzer effekt wieder eine normale und eine mit so leichten kupfer stich also ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen was in diese sammelmappe steckt dann viel spaß beim sammeln und wie immer guckt hin und schaut zu